Meine Damen und Herren, wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie unser Aufnahmestudio in München bis 24 Uhr telefonisch erreichen können. Wenn Sie also noch sachdienliche Hinweise zu den behandelten Kriminalfällen geben möchten, so rufen Sie bitte an unter München 089, Anschluss 950195. Zu einem echten englischen Schloss, verehrte Zuschauer, gehört natürlich auch ein richtiges Gespenst. An diesem Umstand kann selbst Krimis-Spezialist Edgar Wall ist nicht vorbei. Und so erdachte er jene Geschichte vom mordenden grünen Bogenschützen, die Sie in dem folgenden deutschen Spielfilm miterleben können. Nur noch so viel. Gerd Fröbe ist zwar nicht der Schlossgeist, dafür aber ein Millionär mit dunkler Vergangenheit, für die sich Scotland Yard rege interessiert. Wir strahlen diesen Film in schwarz-weiß aus.